Hallo, grösset ihr zur neuen Runde Fallout 3. Wir sind hier auf dieser Spitalmission immer noch. Uns sind 100 Waffen gesammelt. Hier geht es weiter hoch. Wo ist die Zahle der Super Mutant? Da ist er schon tot. Heftig, heftig. Gibt es da hoch? Nein. Noch mehr. Ich muss sicher gegen die 100 Stimmbacks. Das habe ich auch gecheckt, oder? Da war ich auch im zweiten Stock. Jetzt im nächsten müssen wir das optionale Ziel finden. Wegen der toten Soldaten. Was stimmt da auch nicht? Was ist das hier ausgegangen? Kann man die Munitionskiste finden? Ja. Mal ganz kurz schauen, ob sie vielleicht irgendwo gut ist. Nein, die ist ja doch die sicher nicht übersehen. Ich sage nicht, die müsste hier irgendwo irgendwo sein. Ich sage nicht. Jeder muss im Moment alle Punkte in die Eintriche stecken. Aber das kann ja nicht sein. Ich bin doch überall schauen. Ich gehe doch überall schauen. Hm. Aber jetzt sehe ich. Aber hier im Hotel, letztlich gesagt, im zweiten Stock, sind die Munitionskisten. Hier oben muss ich. Das war nur der Umweg. Jetzt kommt es gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hast du gesehen? Ich habe keine Ahnung, ob es der zweite Stock ist. So ein sauberes Bett habe ich schon lange nicht gesehen. Das sieht er schon wieder. Schnell mal noch etwas. Das kann ich nicht brauchen. Da war einer. Ich habe etwas umgekrabelt. Das stöhnt aber nicht nachher. Das reicht. Was geht es mit denen? Ewiger Fallen hier. Achtung. Echt jetzt? Das wollte ich mich echt fertig machen. Nein. Das ist ein dreckiges Wasser. Das kann ich eh nicht brauchen. Ist das noch etwas grosses? Nein. Ich habe gerade alles. Scheissbombe da. Die habe ich nicht gesehen. Da kommt wieder so ein Typ. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Zu viel von den Jagdflinten. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ ich habe. Ich habe noch ein Typ. Das ist ein Typ. Das ist es. Das ist ein Typ. Ich kann mich auch mit dieser Flinte anscheissen. Hier liegt ein Stück Chor von Muttang. Wo ist er jetzt? Was ist das hier? Hier ist er. Oh, unter dem Kopf. Jetzt ist er wieder auf. Die Gatschung ist ja bald wieder auf. Jetzt steht auf, dass die Bücher gleich aussieht. Wie die Upgrade-Tinger. Ich kann wieder etwas rumtippsen irgendwo. Das ist kein Mutant. Das ist sicher wieder so einer. Ja, ich wusste doch, dass sie ekelhafte Wesen waren. Ja. Die Dinger bringen mich noch zum Kotzen. Das sind die Dinger. Hier müsste der Soldat seine Kiste sein. Hier muss ich gleich wieder die Züge wegschmeißen. Ich weiß nicht, wie das so weitergeht. Bald voll. Hey, hey. Hier bin ich auch. Hier bin ich auch. Hier bin ich auch. Das sind ja normale Bücher. Die Bibliothek hätte ich wahrscheinlich die engste finden können. Hier sind die Spezialbücher. Der ist ja überall verteilt. Der Mutant ist ja überall verteilt. Wo ist diese Kiste? Das ist sie. Das optionale Ziel ist erledigt. Nein, dann kommt es von hinten. Ich glaube es nicht. Das ist... Das ist so fiss. Da kommt es dann von hier runter zu fallen. Ich dachte, ich bin clever, ich stehe mal auf die Seite. Das ist so ein Mal wenn. Ich mache die Kiste. Das ist so fiesig. Ich habe ja auch noch ein Mal auf串gt. Dass ich mich schlaue. Ich denke, ich bin drin. Ich mag es nicht, weil ich mich schlaue. Das Messer könnte ich mal gut tragen. Ich habe noch ziemlich etwas an Gewicht getragen. Ich bin gerade nicht überfüllt. Das ist cool wenn ich so viel Material mitschleppen würde. In jeder Loot-Tour kann ich richtig viel verkaufen. Jetzt darf ich noch mehr Händler haben als die im Lager. Du siehst du mir ein. Nein! Ich habe noch ein Bein abschissen. Im vierten Teil. Das geht da irgendwie noch nicht. Oder wenn wir nicht mit dieser Waffe. Natürlich auch nicht die stärkste Waffe. Ich brauche noch einen Händler. Das sind auch so Schrottbücher, die ich nicht benutzen kann. Ja. Da geht noch etwas falsch. Aha. Äh... Stierbe! Was gerechnet jetzt? Nein! Nein! Du siehst du, dass du alle tot bist? So. Schlechtes zum Reparieren? Jetzt ist das Gewicht wieder okay. Jetzt ist das Gewicht wieder okay. Die sind ja alle recht gut, da geht nicht viel. Hier geht es weiter. Ich finde hier nur noch Waffen. Hier ist es weiter. Das ist Stairs, da steht Treppe. Die Kamera kann ja gut brauchen. Ich habe gemeint da liegt ein Spezialbuch, aber das ist es nicht. Das sieht auch so aus. Das ist nur ein versenktes Buch. Nein, das ist nichts. Ich habe dich auch. Ich habe dich auch. Ich habe dich auch gehört. 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 weg fräse zäure immer noch nicht da und 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 Hei, da ist mit Skröse. Ich probiere die Kohle nach dieser Runde. Scheisse! Hey! So viel, dass ich 90 habe. Schlossknacker. Ich denke, er wurde eher schlechter. Was lassen wir? Putzmittel habe ich auch. So. Das reicht eigentlich. Fertig. Ich mache mir nach Hals. Ich mache mir nach Hals. Ja. Nageldrät. Äh... Wo ist das? Es sollte hier sein. Hier. So einen Schrott kann ich nicht brauchen. So dauern, da sollte er alles abgesucht. Keine Räder, die Centauri. Dann geht es mir mal. Dann geht es mir mal. Ich bin mir wundern, ob es da mehrere gibt. Dann schlossen wir die Kohle. Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal. Ich bin mal. Dann gehen wir mal. Oh! Ja, da ist ein Jäber! Läu! Das ist schon mal heftig Inneren von allen gelassen Ist da irgendwas? Wir sind hier in der Seite. Ich bin hier im Platz. Wir sind hier in der Seite. Ich bin hier in der Seite. Ich bin hier in der Seite. Es gibt gar nichts mehr zu flicken, dann schmeisse ich das Messer weg. Ich flicke meine Jagdflinte wieder. Das ist relativ ruhig. Geil. Wahrscheinlich brauche ich ihn auch. Die Frage, ob der runter geht. Lass ihn rufen. Lass ihn rufen. Lass ihn rufen. Lass ihn rufen. Jawohl. Lass ihn rufen. 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 der hat das ist der Ich muss noch das wichtige Zeug nehmen. Das wäre es schon. Es ist rot. Text zu messen Transportkilo-Chips Lego-Anda Schrauben Die haben wir weg Ja Ah. So. Also, tre paletti. Ich habe gedacht, dass er ein bisschen verflöpft hat. Das ist ein Anfall oder nicht? Oh, das geht ja durch die Wand. Was soll der Scheiss? Wenn wir schon dran sind, nehme ich das auch noch an. Es sind echt feise Drecksvolle. Und wir sind immer noch nicht um die Seile angekommen. Ja, logisch. Das sieht auch in einem Fall aus. Hallo, deine. Stücke. Okay. Das tun wir hier gar ständig ausrüsten. Das tun wir oben. Das tun wir oben. Splittergranate tun wir links. Nein. Ja. Schon gut. Ja. 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 Genau. Ich brauche jetzt die Grenzen. Ich brauche jetzt meine Grenzen. Ja. Das kann ich noch weggerühren. Dann können wir zwei loswerden. Ich komme mir da jemals an. Da wäre ich direkt mit dem Aufzug hergekommen. Der ist nicht runter, der Wölfe. Das ist mir nicht schlecht. Irgendwo hier. Ich bleibe mir noch nicht dort, wo ich hin will. Hey, komm. Hey, hey, hey. Weg du mir! Setz dir hier noch alles. Da bin ich auch. Ah, zack. Bevor das spuckt. Was sind die ekligsten wir jetzt? Die Truppen sind meistens nicht mal etwas. Geht's dir da wieder hören? Sollen wir noch weiter? Ah! Ah! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! um Gas, Gas, alles voll. Hier darf ich nicht schiessen. Jetzt sind die Flammen, dann kommen wir mal. Das Thema interessiert mich. Ich bin voll überlastet. Dann schauen wir nach dem Nächsten.